Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Project HiRise. Ich bin's wieder, eure ThimbleTech und wir starten in unser letztes Game. So, wir haben letztes Mal ein bisschen was weiter gebaut und machen mittlerweile gut Kohle am Tag, was natürlich wichtig ist und bauen deswegen auch mal in diese Richtung weiter aus. So. So, der Kopierservice fängt auch an zu streiken. So. 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 Aber das gibt's jetzt auch. Oh Gott, alle überlastet hier. Office Supplies ist auch überlastet. Kann ich denn jetzt hier was bauen? Ah, toll. Ja, cool. Okay. Hm. Wie viel haben wir hier noch? Ja, Strom müssen wir jetzt bald neu bauen. Das geht noch. Und danach könnt ihr hier unten weitermachen. Und hier könnt ihr mal renovieren gehen. Und hier könnt ihr mal renovieren gehen. Ja, die sind Pflaster dabei, das ist gut. Wir kriegen immer noch massig Kohle, das ist auch gut. Und dann können wir anfangen, die Büros zu bauen. Achso, okay, da sehe ich ja trotzdem. 575, der hat zu wenig gemacht. Das heißt, den kleinen gibt's erstmal nicht. Aber so ein Geschäft können wir noch bauen. Da können wir hier noch zwei bauen. Ein Buchgeschäft. Und ein Drugstore. Ein Restaurant können wir auch noch machen. Wir haben ein Fastfood-Restaurant. Wir haben eine Salad & Hotbar. Also gibt's jetzt noch ein Sandwich. Ja, cool. Cool, cool. Cool, cool. Telefonanlage. Hilfe. Und Strom auch. So. Da gibt's wieder Cola. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Ich brauche hier noch ein Kurier. Okay, noch ein Kurier. Okay, noch ein Kurier. Wir bauen mal unseren Art Dealer des Vertrauens. Und dann bauen wir da wieder Büros drüber. So. So. Und hier könnt mal wieder reingehen. Und wir gucken mal was die Restaurants hier so sagen. So. 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 Das ist eigentlich schon sicher. So. 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 Jetzt muss ich einmal gucken. 20 noch und da ist noch genug, okay. 20 noch und da ist noch genug, okay. 20 noch und da ist noch genug, okay. Okay. Jetzt kriegen wir echt Kohle, das ist richtig gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist gut, dann können wir das hier nochmal bauen. Ja, das ist gut. Wunderbar. Ja, das ist gut. Ja, die haben gut was zu tun im Moment. Ja, das ist gut. Ja, wir müssen hier am Ende mal so Trashcans hinsetzen und so. Ja, aber die beiden sind noch gut mit Bauen beschäftigt. Okay, ich hätte gerne einen Building Manager. Ist das ein Building Manager? Ist das ein Building Manager? Egal. Ah, da muss ich erst hier oben noch einen Stockwerken draufsetzen. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay. Und dann können wir hier schon mal eine Leitung verlegen. Ach nee, wir müssen hier einfach mal so. Ach nee, wir müssen hier einfach so. Und dann Leitung verlegen. Das ist ja, wir können auch alle Leitungen gleich belegen. Und dann sind wir erstmal hier unten am Bauen. Hier können wir doch eigentlich schon mal Müll hinpacken. Trash. So. Und hier. Und jetzt jeweils das hier dahin. gut. Oh Gott, wie viele soll ich denn davon bauen? Hier geht gefälligst renovieren. Ich habe auf den Weg mit dem Anzeigen von Karolow und habe das Bei uns erzählt. Ich habe es gesagt, dass eigentlich, wenn es uns jeopardiert sind, da einen Schiff hat und eben wie ein Schiff aussieht, dann kommt es deshalb in der Zeit mit einem Schiff. Ich habe es schon ein Schiff, Ich habe unsere Bekämpfung wegen der Strassen, Ich habe die Schiffel, ich habe sie schon gesehen. Ich kann gar nicht mehr auf mit dem Renovieren. Ich kann gar nicht mehr auf dem Renovieren. Ich kann gar nicht mehr auf dem Renovieren. Ich kann gar nicht mehr auf dem Renovieren. So, ein Geschäft können wir auf jeden Fall noch bauen. Dann bauen wir gleich die letzten zwei. Und zwar... Wine. Okay, wir brauchen erst noch... ...ein Startroom. Okay, aber für heute reicht's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Bye, bye, little baddies.